Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich zur neuesten Ausgabe des Online-Pharmaforums diesmal wieder aus München in unserem neuen Studio begrüßen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Viele von Ihnen haben sich das Thema HTA-Aspekte in der Arzneimittelentwicklung gewünscht. Und deswegen freue ich mich sehr, Ihnen den heutigen Experten vorstellen zu dürfen. Das ist Herr Dr. Olaf Pirck von der Olaf-Pirck-Consult. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute bereit erklärt haben, unseren Teilnehmern des Online-Pharmaforums nochmal so einen ganz kurzen Abriss zu geben. Wie funktioniert das Amnok-Verfahren, das ja weitestgehend gleich geblieben ist seit 2011. Es gibt aber trotzdem Neuerungen. Ich denke, das war auch ein Grund dafür, dass Sie sich die Sendung gewünscht haben, insbesondere im Nutzendossier selbst, aber auch nochmal durchs GSAV. Und die beiden Themen werden Sie dann im Schwerpunkt nochmal beleuchten. Wie immer gilt, stellen Sie Ihre Fragen. Ich freue mich sehr, Sie an Herrn Pirck weiterzuleiten. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Sendung. Ja, vielen Dank, Frau Wolf-Klein, für die Einführung. Ja, vielen Dank, dass Sie alle mit dabei sind. Als Frau Wolf-Klein mir gesagt hat, HTA-Aspekte in der Arzneimittelentwicklung, da habe ich so spontan gesagt, eigentlich müsste das nur Amnok heißen. Und genau das ist es eigentlich auch. Ich werde Ihnen das Amnok nochmal näher bringen und auch die neuen Aspekte, die sich in den letzten Jahren ergeben haben. Vielen Dank.